Ja, hallo und willkommen zurück zu bei Let's Play Together Iron. Ich bin's wieder euer Black mit der kleinen Dü hier nebenan. Mit dem? Nein, du bist eine der. Eine der Dülani. Eine, eine der. Ich, ich, ich kann ja, ich kann ja unter den Rock gucken. Ja, nee, nee, nicht ganz. Also guck, willst du mir doch unter den Rock gucken? Ja, okay. Ich will ja eigentlich nicht, aber ich muss es ja den Leuten beweisen. Okay, sagen wir halt, das Dü. Das Dü steht hier neben uns und das Dü wird mir jetzt erklären, wo es lang geht, weil hier sehr viele Quests sind, die brauchen wir gar nicht alle. Genau, wir rufen mal die Karte auf mit M und wir sehen, wir haben sehr viele Quests. Das würde, glaube ich, den Zeitraum sprengen, wenn man alles macht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Kampagnen-Quest, die gelbe Quests im Fall abgeben und werden mal, soweit es geht, die dunkelblauen Quests mit annehmen und auch beenden, um dann mal noch ein paar Dinge zu zeigen. Und wir werden dann noch ein paar Skills kaufen, ja, und das machen wir jetzt erstmal. Komm mal mit. Ja, ja, ich komm hier. Ich bin doch schön unterwegs, meine Kleine. Okay, Slow-Mars. Ach, nee, wir wollten ja im langsamen Modus sprechen, also im sächlichen bei dir. Also mein Kleines. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, weil ja keiner weiß, ob du jetzt wirklich meine oder Frau bist. Ach so, du hast die anderen Schriftrollen geholt. Genau. Ich mach erstmal die anderen, die 10%igen. Die sind schon alle. Ja. Ihr steigt nun aus bescheidenen Wurzeln auf. Mögt ihr diese Wurzeln nie vergessen? Wenn das Licht Arions euch zu eurem Schicksal führt. Treue und Waffen. So. Ja. Da rennt der Schüler weg. Ja. So. Na, na. Ah, da drüben. Schützenmeister, da muss ich ja reden. Vertraut eurer Waffe. Ich habe ein Geschenk für euch. Nehmt eine dieser Waffen und vernichtet unsere Feinde. Ein Geschenk für mich. Vor allem, wählt eine Waffe. Ist ja nicht wirklich ausgeglichen. Abziehen, halle Wille. Weiß nicht, ob man dann beim Zauberräumen, das jetzt dann würde, müsste man wahrscheinlich zwischen Kugeln umgehen können. Aber, naja, das jetzt noch nicht. Umschlingende Bombe. Mana-Behandlung, Magisch-Geschoss, Kräuter-Behandlung. Soll ich hier auch wieder alles mitnehmen? Nein. Wäre jetzt auch ein bisschen schlecht. Wäre ein bisschen schlecht. Das ist richtig. Hier kann man davon ausgehen, dass es ab Level 10 ist ein bestimmtes Level. Aber ich habe das Level gerade nicht mehr im Kopf. Aller drei Level. Es gibt eine Skills-Geschoss. Es müsste ja auch mal so um die 30, glaube ich, gewesen sein. Aha. Bis zum nächsten Mal. Okay. So, lerne ich das gleich mal. Und Magisch-Geschoss. Meiner Behandlung. Umschlingende Bombe. Plum, plum, plum. Den Revolver. Ja, legt mal auch an. Und... Tägliche Quiz. Eine Nachricht für Sie eingetroffen. Warte mal. Stufen-Aufstiegs-Belohnung. Gedacht, da nur einmal pro Server. Nehmen wir da auch wieder die Schriftrollen? Richtig genommen. Ich glaube, ich habe die 20 Schriftrollen. Ja, das waren 20% Schriftrollen. Ja, dann. So. Okay. Dann erstmal die Quests ins... Dinge ins Legern. Wir haben Kräuterbehandlung verwendet. Ein geringes Odella-Pulver um 200 und dabei eure Trefferpunkte. Das tun wir dann hier hin. Magisches Geschoss eingesetzt. Die Erholzeiten von Pistolen, Schuss, Kopfschnuss und... Achso. Ein Instant-Sache. Okay. Umschlingende Bombe. Fügt ein Ziel bis zum 20 Meter Distanz. Magisch einen Erdschaden zu. Macht es... Hm, habe ich da nicht... Achso, nee, das war die andere. Genau, das war aber auch Erdschaden. Okay. So, dann müsste es gewesen sein. Passiv, ist ja klar. Mhm, mhm. Okay. Wir haben auch einen neuen Titel. Ja. Ich bin gerade dabei, hineinzustellen, dass er etwas besagt ist innerhalb der Alten, die wir hatten. Ich such gerade den Namen daran. Mal los. Schütze von Poeta. 20 Trefferpunkte, 50 Abwehr. Ja. Kann man schon nehmen. Kann man nehmen. So. Okay. So, halt. Ich muss hier erst hier oben. Da. So, jetzt passt es. Wunderbar. Schützerin, siehst du, da steht es ja. Ja. Ist ja auch okay. Ist ja auch ein weiblicher Charakter. Ja, das tut, das wissen wir. Warum denn das? Nee. Nee. Nett? Nee. Nett. Rennen mal nicht so schnell. Wir haben noch eine Laufrolle drin. Ich auch. Oh. Aber halt nur nur 10%. Die mache ich erst alle. Verschwinde doch hier nichts. Wo sind wir denn? Ach, vorne war da. Ich war da eine Quest hier. Ja. Ja, voll blau. Ja. Okay. Ariels Licht scheint auf uns. Plim. Teleportiert euch zur Zitadelle von Wertaron. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Okay. Wo bist du? Da. Da rennt schon wieder weg. machen wir die laufrolle rein die ist gut habe ich doch drin machen wir die 30 minuten 30 minuten aufrollen wenn wir wollen das sind also im normalfall kann man sich fünf minuten laufen verhofften allerdings die vom event diesen 30 minuten ach so ich habe jetzt trotzdem die andere drin wie gesagt die mitten alle werden dann bekommen wir auch ein bisschen was aus dem druck voll mit shops das wollte ich auch mal fragen hatte ein shop ist der also ein auktionshaus oder so ein shop system ja genau da so wie sie es ja hier das sind dann eben ein paar jobs da stehen die spieler ja online wie es nur ist wenn wir gehen jetzt mal hier rein hier in die halle stehen verwunderlich viele shops sind nur verstehen eigentlich weniger aber um ja die update ist ja auch noch nicht langer ja also wir können jetzt erst mal hier rechts gehen wir ab umso recht recht ist die dauerung der hatte deine große ersterne aber erweitern ja ich würde da du allerdings erst genau hier ich habe jetzt hier 25.000 die nahm ich habe und kann mich ab nirgendwo ist eine stufe ich habe die nächste stufe kostet schon wieder mehr 58.000 also das kannst du erst mit einem paar level machen und das ist relativ zu finanzieren ja so dann haben wir hier hinten haben wir lager verwandung einmal auf der seite und einmal auf der linken seite kannst du zum beispiel auch wenn du dein lager anklickst kannst du zum beispiel auch dein lager in dem fall erweitern hier gibt es hier siehst du dort oben privates lagerhaus und da kannst du es erweitern das gibt es noch ein account lagerhaus wo halt der ganze account zugreifen kann ich sehe gerade ich kann ja meine ringe auch noch anlegen ich will auch noch etwas zum anlegen so ich tue erst einmal etwas was ich nicht brauche in dieses lager das wären dieses diese stigmata scherben wozu brauche ich die leg es sowieso immer wieder ins inventar rein also lass das erst mal im inventar aber die brauchst du dann für die für die speziellen skills brauche die dann um die zu fahren haben gut und alles andere wo die evo kaufen und passt das schon ok gut so und ähm bezüglich deiner frage von eben wir haben wie gesagt wir haben hier ein paar shops stehen allerdings haben wir hier auch noch ein handelsagent der verlangt allerdings auch eine steuer das heißt wenn man und mit dem reinsetzt für ja zahlen über 1000 china zum beispiel da muss man halt eine fünf prozentige steuer bezahlen und du müsstest als nicht gold paket user müsstest du eigentlich auch darauf zugreifen können und ich glaube du müsstest auch sachen rauskaufen ja also zumindest wird es aufgerufen und ich denke mal dass das mit dem kaufen durchaus möglich sein wird ich denke wir brauchen momentan noch nichts kaufen oder siehst du das anders man muss noch nicht kommen aber damit bin ich mir jetzt auch nicht zu 100 prozent sichern und zwar nicht ich bin ich nicht gut ok ja da rennt er wieder kommt noch nachher ja 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 so hier haben wir uns zum beispiel auch schon mal so den mount aufgerufen ja das sieht aus wie schon ähnlich sieht er da schon bin ich nicht naja wer weiß er hat ja auch noch in der maske auf also black mask vielleicht ne 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 black mask da sind wir nehmen das hier einig mal an Wir kriegen jetzt hier gleich so ein Miol, was einem nachherläuft, sozusagen halt im Grunde genommen ein Pet, also ein Hausgear oder einfach nur. Dieses Pet, oder dieses Miol, wie es hier genannt wird, hat verschiedene Funktionen, also man kann erstmal, wenn man das die ganze Zeit draußen hat, bekommt man bestimmte Belohnungen. Des Weiteren kannst du Lagerplätze zur Verfügung stellen, also verschiedene, es gibt verschiedene halt davon, ne? Die einen können Lagerplätze zur Verfügung stellen, die anderen können dich buffen, wenn du nicht immer Lust hast, auf die Rolle zu klicken, und die anderen mornen dich halt auch vor Feinden gegebenenfalls, und die anderen sammeln halt auf, und solche Sachen gibt's halt die Miol. Also wir kriegen hier nur ein ganz einfaches, aber das kann man ja auch erstmal nehmen, ne? Schenkt ein Gaul, schaut man sich ins Maul. Jo. Wie findet man die Miol? Muss man die alle nur kaufen, oder kann man auch welche fangen? Du, ja, wenn du die blaue Quest jetzt hier machst, hast du die jetzt hier gemacht? Äh, du wartet, die bei Arne. Ah, Mist, genau. So. Okay. So, dann müsstest du jetzt im Inventar, hast du jetzt drei Fertigkeitsbücher, ne? Ja, die hab ich schon gelernt. Okay, Miol streicheln, Miol bürsten, Miol trainieren, und dann kann man, ich weiß nicht, ich glaub, zu Miol Pfleger, da gehst du auf Miol adoptieren, und legst dieses lila Ribbit ein, ja, ich ne, ich ne. So, dann kannst du noch einen Namen geben. Mhm. Oh, süß. Kleiner Quarkfrosch. Wird er auch noch größer, oder bleibt er so klein? Der bleibt so klein. Oh, schade. So kannst du noch einen Namen eingeben. Ja, warte, ich will da erstmal einen Schalkohol gucken, was er hier von Schalkricht. Ist mir aus wie ein Schleifchen? Nein, nein, nehme ich das hier. Jo, das sieht ja gut aus, so ein Tupfenschal. So, falls man was im Hintergrund bei mir hört, ähm, momentan schreit da irgendjemand im Haus draußen drinnen. Hahahaha. Ghetto halt. Also, nee, hat nix mit Ghetto zu tun. Nuller Streiter. Er kriegt halt kleine Kinder. So. Hast du wohl wieder deine Rechnung nicht bezahlt, wenn er streit. Hahahaha. Nein, 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 alles gut. So, wie nennt man den? ich weiß schon feststellt das dann kommt nicht auf die idee das mir so zu nennen wie mich also ja dann hast du das ging da jetzt kein fetzel bei dir auch ich stehe ich kann es noch mal ein tun also war da noch etwas gekehrt ok deko noch mal der schal aber kann ich keine auswählen ja möchte ich akzeptieren dieser name ist ungültig okay rufen dachte ich mir okay ja du hast jetzt zum beispiel wenn du auf menü gehst hast du eine mir liste und da kannst du einfach ganz verschiedene mir als die du hast und die kannst du ja auch schicken machen was du willst du mit ok naja was kann kann man jetzt mit dem machen man kann eben jetzt hier ist jetzt auf das mir drauf und dann kannst du streicheln wirsten trainieren so und im normalfall je nachdem was die mir jetzt können ist dann unter mir irgendwo ist dann noch ein extra reiter da kann man dann verschiedene sachen einstellen weil ob die jetzt sammeln sollen oder welches benutzen wollen ach so und ja wie gesagt können die nur trainieren und streicheln und so weiter und so fort also du siehst wenn du jetzt das anklickst hier hast du oben so genau der foto weiter quatsch wir machen erstmal eine folgen pause wir machen wir schauen uns dann in der nächsten folge weiter bis denn